Hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von Escape Room Spielen. Heute zeige ich euch ein neues Escape Room Spiel aus dem Hause Abakusspiele und das ganze nennt sich Deckscape der Test. Das ganze ist ein Spiel für ein bis sechs Spieler ab zwölf Jahren mit einer Dauer von 60 Minuten plus minus ein paar Minuten je nachdem wie gut ihr eben seid. Ich zeige euch jetzt wie immer was findet ihr in der Spieleschachtel ein Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die grundsätzlichen Regeln. Ich werde euch allerdings das Spiel an sich nicht anhand dieser Version zeigen, sondern anhand dieser Demokarten, die ich mitgeschickt bekommen habe vom Verlag, mit denen man ein bisschen einen Einblick bekommt in das Spiel und wie es funktioniert. Ich werde euch also nicht zum Originalspiel spoilern, ich werde hier mit diesen Demokarten spielen, auch da werde ich nicht allzu viel spoilern, denn ihr wollt schließlich das Spiel selber erleben und da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich werde euch den Spielspaß hier auf keinen Fall nehmen. Ja und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und ich zeige euch mal was ihr in der Schachtel so findet. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt genau 60 Karten. Die Karten haben eine gelbe Vorder- und Rückseite hier, also die letzte Karte ist gelb und die erste Karte ist gelb, dass ihr wisst, wo vorne und hinten ist und im Endeffekt braucht ihr nicht mehr für dieses Spiel. Deswegen schauen wir uns gleich den Aufbau an und auch hier braucht ihr nichts weiter zu tun, als einfach die Karten jetzt der Reihe nach durchzuarbeiten, was da drauf steht. Das heißt, ihr lest euch den Text durch, der drauf steht. Am Ende steht dann, ob ihr die Karte umdrehen sollt, was ihr damit machen sollt. In dem Fall wird sie umgedreht, dann wird der Text kurz gelesen, dann heißt es geht weiter zur nächsten Karte, dann wird die nächste Karte gelesen und so weiter und so fort. Das ist dann im Endeffekt der Aufbau des Spiels. Irgendwann nach ein paar Karten geht es dann los, dass man die Karten in Stapel sortieren muss und das zeige ich euch anhand der Demokarten, die ich hier habe. Also es sind nicht die Karten aus dem Originalspiel, sondern diese Demorunde. Auch die ist mit einer kurzen Anleitung versehen und hier muss man jetzt einfach die gleichfarbigen Karten, ungesehen, nur die erste darf man aufdecken, einfach als Stapel auf den Tisch legen. In diesem Fall der Demokarten gibt es drei Farben im eigentlichen Hauptspiel. Also in diesen Karten sind sogar vier Farben enthalten. Da ist gelb noch dabei, in dem Demospiel eben nur drei und nur die oberste Karte darf man immer sehen. Und damit ist der Aufbau dann erledigt und wir schauen uns mal an, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Das Spiel funktioniert dann einfach so, dass man einfach von jedem Stapel die oberste Karte sich mal anschauen darf, die Texte dazu durchlesen darf und sofern es ein Rätsel ist, einfach auch jede Karte lösen darf. Es gibt dann später natürlich auch noch Karten, die man zur Seite legt. Das sind Gegenstände, die man dann entsprechend einsetzen muss, wenn man die entsprechende Karte in einem Stapel erreicht hat. Aber es ist grundsätzlich so, dass man einfach immer die obersten Karten sich anschauen darf und hier kann man, wenn man mit mehreren Spielern spielt, auch so verfahren, dass einfach jeder sich mal eine Karte hier oben nimmt. Also nicht die Karte runternehmen, sonst sieht man jetzt, was drunter ist, sondern einfach den kompletten Stapel zu sich nimmt und anschaut, was für Rätsel drauf sind. Man kann aber auch einen Stapel einfach nehmen und sagen, okay, wir lösen jetzt zusammen erstmal das Rätsel, dann lösen wir das Rätsel, dann das Rätsel. Aber wie gesagt, das kann man auch völlig durcheinander machen. Irgendwann geht es dann halt in einem Stapel vielleicht nicht weiter, weil man erst beim anderen Stapel entsprechend weit rätseln muss, um einen Gegenstand zu bekommen, dass es im anderen Stapel wieder weitergeht. Und so funktioniert das Spiel einfach, dass man sich hier einfach durchrätselt und sich von Karte zu Karte hier weiterarbeitet. Und am Ende, wenn man es dann eben geschafft hat, dann kriegt man eben eine Wertung und die kann man hier eintragen, jetzt bei diesem Demozettel, kann man hier unten die Zeit dann eintragen, die man gebraucht hat. Wenn man falsch Sachen erraten hat, denn man hat nur eine Chance zu raten oder zu rätseln, was die Lösung ist. Wenn man die Karte dann umdreht, hinten drauf ist die Lösung und wenn man die natürlich gelesen hat, dann weiß man, was man hätte machen müssen. Hat man genau das gemacht, ist alles gut. Hat man es eben nicht so gemacht, kriegt man entsprechend Strafpunkte. Und wenn man das Spiel eben dann gelöst hat, dann schaut man, wie viel Zeit hat man gebraucht, zählt dann pro Strafpunkt noch fünf Minuten dazu und dann gibt es eben eine kleine Tabelle, wo drin steht, ob man jetzt hier das Supergenie war oder eben etwas langsam. Es ist bei diesen Escape Room Spielen ja leider immer so, dass man es nur einmal spielen kann, dann kennt man natürlich alle Lösungen, dann ist der Spaß vorbei. Das Gute hier an Deckscape ist allerdings, dass man nichts vom Material kaputt macht, außer es gibt eine Karte, auch im Original, wo man die Zeiten einträgt und die X für die falschen Sachen, die man gemacht hat. Das ist die einzige Karte, die in dem Spiel kaputt geht, weil man da einfach direkt drauf schreibt. Also wenn ihr das komplette Spiel behalten wollt, dann kopiert euch diese eine Karte mit der Zeitangabe und den Xen und das restliche Material bleibt ganz. Da müsst ihr nichts kaputt machen, nichts beschriften. Das könnt ihr dann weitergeben an andere Leute, die es einfach auch spielen können. Das finde ich also sehr gut. Es ist zwar ein einmaliges Spiel für eine Gruppe, aber man kann das Spiel wenigstens weitergeben an andere Spieler, die ja auch ihren Spaß haben können. Wir haben das Spiel vorhin mal durchgespielt, haben dafür knapp 40 Minuten gebraucht, hatten ein paar kleinere Fehler drin. Für mich persönlich war es jetzt nicht so schwer. Es waren ein paar knackige Sachen drin, wo wir nicht so schnell drauf gekommen sind. Aber das Gute ist, man hat ja die anderen Karten auch noch rumliegen und anhand derer hat man dann wieder Hinweise vielleicht, die man für andere Karten wieder nutzen kann. Das ist sehr, sehr clever gemacht. Und wenn man hier ein bisschen auf Zack ist und ein bisschen sich das Material zurecht legt, kommt man leichter auf die Lösungen. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es war kein Rätsel dabei, was total abwegig war. Die haben alle gut funktioniert. Es waren welche dabei, die waren wirklich sehr, sehr einfach. Es sind welche dabei, da musste man ein bisschen nachdenken. Und wie gesagt, funktioniert aber wunderbar. Hat Spaß gemacht. Mit unseren falschen Lösungen hatten wir dann genau 60 Minuten. Also wir hatten vier Fehler drin und sind damit als Genie hier aus dem Spiel gegangen. Und ja, da kann gerne auch mehr kommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Sehr, sehr schöne Grafiken drauf. Die Rätsel, wie gesagt, nicht zu kompliziert. Man muss kein Mathegenie sein, sondern einfach das deuten, was man auf den Zetteln sieht. Und dann klappt das schon sehr, sehr, sehr gut. Also uns hat das Spiel wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Abacus-Spiele legt euch ins Zeug. Davon dürft ihr gerne mehr produzieren. Das war sie, meine kurze Brettspielvorstellung von Deckscape, der Test aus dem Abacus-Spiele-Verlag. Ein Escape-Room-Spiel im Taschenformat, was wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Kein Material kaputt gemacht wird, außer die eine Wertungskarte, wo man die Zeiten aufschreibt. Also wirklich, wer Escape-Rooms mag und diese Spiele mag, wird auch Deckscape lieben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's es gut. Euer Michael.